Hi Leute, Simon hier. Ich zeige euch heute, wie ihr im Spiel Vikings Warth Clans die Umwandlungen der Rohstoffe in der Clan-Festung mit Hilfe des Makro-Rekorders von Jitbit automatisieren könnt. Den Link zum Download des Makro-Rekorders findet ihr in der Videobeschreibung. Vikings selbst spiele ich auf dem Plarium Play Launcher. Bevor wir beginnen, das wird kein allgemeines Tutorial über den Makro-Rekorder, davon gibt es tausende auf YouTube. Das alles vorweg, nun geht's los. Bei der Umwandlung wird in meinem Fall der obere Regler auf Anschlag gezogen und der untere Regler so eingestellt, dass die Umwandlung unter drei Tage dauern wird. Dann wird die Umwandlung gestartet und direkt mit einem Drei-Tages-Booster beendet. Hier nochmal als Schema. Wir starten in der Clan-Festung und haben bereits einen Rohstoff ausgewählt, den wir umwandeln wollen. Dann legen wir die Ressourcenzahl fest, legen die Zeit fest, starten die Verarbeitung und boosten das dann durch. Das war's mit der Theorie, nun geht's in die Praxis. So, ich beginne jetzt erstmal damit, dass ich einen Mauszeiger, einen Mausklick hier hinsetze, wie gerade gezeigt. Und dahin zu nehme ich eben den Punkt direkt vor dem Plus-Button und eben setze diese Koordinaten jetzt hier ein. Danach direkt eine Verzögerung. Und dann möchte ich, gut, ich setze auch noch eine Verzögerung vor dem Mausklick. Wir wollen das ja später in einer Schleife lassen. Und nun ziehe ich jetzt einfach mal den Button bis, oder den Schieberegler eben bis zu zwei Tagen, 23 Stunden, dass wir unter den drei Tagen bleiben. Und gebe jetzt einfach mal die Koordinaten hier ein. Und dann ziehe ich das jetzt einfach mal kurz zurück. Und dann starten wir das mal. Beziehungsweise das ziehen wir auch nochmal zurück. Und dann starten wir mal. So, und dann sieht man schon, er hat jetzt mit den aktuellen Koordinaten zwei Tage 21 eingegeben. Jetzt nehmen wir einfach mal zwei Pixelpunkte weg. Und dann testen wir den unteren doch einfach nochmal. Okay, man sieht, jetzt ist er auf den zwei Tagen 23. Das wollen wir, weil wir wollen ja so viel wie möglich von den drei Tagesbooster verwenden. So, danach eigentlich relativ simpel. Wir klicken jetzt auf den Button verarbeiten. Und geben eben dazu die Koordinaten hier für den Mausklick ein. Und dann läuft jetzt die Verarbeitung. Wir werden jetzt eben noch eine Verzögerung reinmachen. Und dann klicken wir auf den Button schneller. Jetzt noch hier die andere Koordinate eingeben. Dann sind wir da auch schon fertig. Wieder eine kleine Verzögerung eingeben. Und dann klicken wir auf den Kaufen und Benutzen. Und zwar den obersten mit dem drei Tagesbooster. Dass wir das eben einfach mit einem Klick komplett durch haben. Koordinaten eingeben. Und fertig. So, dann setze ich hier auch nochmal eine Verzögerung am Ende. Und starten wir mal. So, man sieht, ist einmal frei durchgelaufen. Jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig. Jetzt noch hier eine Schleife zu setzen. Ein Anfang und ein Ende. Na, das hätte ich jetzt andersrum machen sollen. Klappt sogar. Na, das war nichts. Man sieht, das hätte jetzt anders laufen müssen. Aufgrund des Fehlers hier müsste einfach ein Delay zugefügt werden. Das kann ich jetzt danach machen. Davor ist völlig egal. Setzen wir es jetzt einfach einmal ein. Und jetzt funktioniert das auch. An diesem Beispiel sieht man auch, wie wichtig die Verzögerungen dazwischen immer sind, damit die Klicks richtig gesetzt werden. So, und das war dann schon die dritte Verarbeitung. Und das war es insofern schon. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat und vor allem geholfen hat. Lasst gerne ein Abo da. Es werden noch ein paar von diesen Tutorials in dieser Art folgen. Gerne auch konstruktives Feedback in die Kommentare und einen Daumen hoch oder runter. Macht's gut und bis bald. Und das war dann auch ein Abo da. Und das war dann auch ein Abo da. Und das war dann auch ein Abo da. Und das war dann auch ein Abo da.